Wolltet ihr vor 25 Jahren eine der Handvoll Websites, die es damals gab, aufrufen, sah das in etwa so aus. Seitdem hat sich das World Wide Web rasant entwickelt und wurde vom Netzwerk, um noch winzige Daten auszutauschen, zu einer Art zweitem Zuhause für viele von uns, in dem es inzwischen nicht mehr nur eine Handvoll, sondern Milliarden von Seiten gibt. Egal ob Homepages, Blogs, Social Media, Streamingdienste oder Shops von Unternehmen. Wirklich jeder und seine Großmutter haben eine Website, aber ich als jemand, der den ganzen Tag im Internet rumhängt, halt irgendwie noch nicht. Aber wie geht das überhaupt? Im Laufe der Zeit ist das Netz für uns Konsumenten ja auch deutlich zugänglicher geworden und jeder hat von Diensten wie WordPress, Squarespace oder Wix gehört, mit denen man angeblich selbst komplett ohne Können eine Website machen kann, ohne auch nur eine Zeile Code zu programmieren. Also will ich schauen, ob das wirklich so easy ist und ob meine Website hinterher wirklich mit denen von großen Firmen mithalten kann, die dafür ganze Teams von Profis haben. Dieses Video wird unterstützt von Hostinger. Kleiner Funfact, früher hatten einige Seiten auch noch richtige Öffnungszeiten und hatten sonntags einfach geschlossen. Bei einigen religiösen Seiten ist das zwar heute auch noch der Fall, aber davon abgesehen ist der Witz eines Internetauftritts ja gerade, dass er 24-7 erreichbar ist. Die allererste Website ist sogar heute noch erreichbar und auf ihr findet man einfach so ein paar Infos darüber, was das World Wide Web überhaupt ist. Die Technik entwickelt sich und mit JavaScript, CSS, Flash und besseren Internetleitungen werden Webentwickler immer mächtiger. Und diese Macht wurde auch erstmal ausgereizt. So sah also die Zukunft von damals aus. Inzwischen geht der Trend aber wieder deutlich zu schlichteren und übersichtlichen Seiten, bei denen einem nicht sofort die Augen wehtun. Und in die Richtung wird's bei mir auch gehen. Der Grund, warum ich eine Website will, ist, dass ich auf YouTube echt viele Projekte ins Leben rufe, die auch unabhängig von YouTube weiter existieren und ganz eigene Communities entwickeln. Und ich will, dass man sich auf tomary.de mit einem Blick eine komplette Übersicht darüber machen kann. Diese Projekte haben ihre eigenen Social Media Profile, Discord-Server mit über 5000 Mitgliedern, App-Store-Einträge und auch eigene Websites, die ich übrigens nicht selbst gemacht habe. Also darnoscape.com für meine App, das noch unfettige magflip.com für den magflip, tomary.rpg für unseren Minecraft-Server, tomary.learnworlds.com für meinen Schnittkurs und tomary.shop für unseren Merch. Und ich glaube, da kann es gar nicht schaden, da mal eine Übersicht ranzubringen. Zum Beispiel für Leute, die neu dazugekommen sind und das eben nicht alles mitgekriegt haben. Vom Prinzip her wird's also ähnlich wie Linktree, nur deutlich cooler. Ich erstelle also zuerst eine Übersicht mit allen größeren Projekten, die ich ins Leben gerufen habe, als großen Kreis. Anschließend reihe ich drumherum alle zu dem jeweiligen Projekt zugehörigen Websites, Links und Social Media Profile auf, in Form von kleineren Kreisen. Und mit diesem groben Aufbau setze ich mich jetzt an das Programm, mit dem ich die Website bauen werde. Willkommen bei WordPress. Ja, cool. Aha, unsere erste Seite. Hallo, wo bin ich? Klar, jetzt kann ich hier den Text ändern. Farbe, ja, sehr gut. Bild. Einmal reingezogen. Zack, Bild hochladen. Ja, eigentlich ist das schon fertig, oder? Kann man eigentlich so machen. Entferne mal alles, damit ich einfach eine blanke Geschichte habe hier. Jetzt haben wir mal drei Sachen, das vier kommen weg. Als nächstes will ich um die Hauptbuttons herum die kleinen Buttons anordnen, wie in meiner Skizze. Und das ist gar nicht mal so leicht, weil eigentlich alles immer in Boxen angeordnet wird. Ich suche wirklich lang, wie ich das in WordPress einfach so umsetzen kann. Bis ich mich dann auf die Suche nach Plugins mache, die einem einzelne Sachen deutlich leichter machen können. Da ich da nichts Brauchbares finde und auch gar keinen Plan mehr von Sinus und Kurve, Sinus und Winkelberechnung und sonst was habe, berechne ich mit einem anderen Programm, welche genaue X- und Y-Position die Icons haben müssen, um im perfekten Kreis angeordnet zu sein. Und übertrage diese Position dann eben auf meine Icons. Damit alles hübsch aussieht, bleiben die Buttons natürlich nicht einfach grau, so wie in meiner Übersicht. Ich suche mir also einige Icons und passende Bilder zu den Projekten heraus und verwandle sie in Photoshop zu runden Icons, die ich dann in die Website einbaue, bevor ich anschließend jeden einzelnen der Buttons mit dem richtigen Link verknüpfe. Das wirklich Besondere, was ich mit der Website vorhabe, fehlt zwar noch, aber dazu kommen wir gleich. Das Grundgerüst der Seite steht jetzt und sieht schon mal echt nice aus. Aber bevor ich mich jetzt an den Feinschliff mache, frage ich erstmal ein paar Leute, wie die zu finden. Damit aber überhaupt wer auf die Webseite gelangen kann, muss die Seite erstmal auf einem Server mittels Webhosting gehostet werden. Und das geht zum Beispiel mit Hostinger, dem Sponsor des heutigen Videos. Ich habe mir hier einfach das Premium Webhosting ausgewählt. Im nächsten Schritt könnt ihr dann die Laufzeit auswählen und hier den Code Tomary eingeben für einen Extrarabatt, sodass ihr für ein Jahr nur 34,39 Euro zahlt. Dann einfach diese drei Fragen beantworten und eure Website verbinden oder, wie ich, mit WordPress eine neue erstellen. Basierend auf euren Antworten werden euch dann Templates vorgeschlagen, falls ihr es euch ein bisschen leichter machen wollt als ich. Zusätzlich gibt es bei Hostinger auch noch eine eigene Domain kostenlos dazu, die ihr hier auswählen könnt. Nachdem die Website bereits zum Veröffentlichen ist, klicke ich einfach hier im H-Panel auf Veröffentlichen und zack, kann alle Welt 24,7 drauf zugreifen. 24,7 steht übrigens auch die Kundenbetreuung bei Hostinger zur Verfügung, falls ihr mal Fragen habt. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr ganz easy für wenig Geld und in wenigen Schritten auch eine eigene Website erstellen wollt und nutzt den Code Tomary für Extrarabatt auf alle Hosting-Pakete. Und falls ihr euch doch anders entscheiden solltet, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Gib mal tomary.de ein. Das kriege ich hin. Es ist noch nicht fertig, da fehlt noch der Feinschliff, aber bevor ich mir jetzt einen Feinschliff mache, wollte ich erstmal eine zweite Meinung, damit ich hier nicht Sachen umsonst mache. Das habe ich auch gerade gesehen. Das heißt, je nachdem, je nachdem, wie das skaliert ist, sieht das anders aus. Das heißt, da muss ich auch noch drauf dran denken, dass man ja alles responsive designen muss. Aber das stimmt, gerade bei den Dinoscape-Dingern da hier. Ja, und da auch rechts bei Premiere Pro Transition. Oh ja, das ist ganz übel. Also ich muss sagen, es ist sehr viel Info. Ich mache eigentlich hier gerade meinen wirklichen Job, ne? Also, voll in meinem Element. Ich finde die Idee mega geil. Das war mal so ein bisschen, das war was anderes einfach. Das finde ich schon sehr cool. Und darauf zurückzukommen, dass du es sehr überladen findest. Ich habe das so geplant, dass man eigentlich erst nur die Icon zieht, also diese Hauptdinger. Und dann, wenn man drauf geht, dass die dann, ah ja, okay, dann, okay, wenn ich mir das so vorstelle, dann finde ich es geil. Ich fände es dann vor allem cool, wenn du dann mit der Maus drauf gehst, dass man so ein bisschen responsive ist und dann das Ding auch so raus pluppt und dann so pluppt. Also ich weiß, es macht Sinn, dass der Hintergrund ein bisschen simpel ist. Dadurch wirkt das so unfertig, dadurch, dass im Hintergrund nichts ist. Wenn du jetzt bei dem Dunklen bleiben möchtest, dass dann quasi hier so, dass es um das Ding immer rum immer heller wird oder sowas. Ich weiß nicht, halt irgendwas, um diese einzelnen Punkte vorzunehmen. Ich muss mir natürlich auch gerade versuchen vorzustellen, dass die Dinger nicht da sind. Wobei ich es natürlich dann auch cool fände, wenn man da draufkommt, dass nur so wenige Sachen sind, dass das direkt dann hier im Zentrum ist und nicht du erst noch einen Ticken runterscrollen musst, um quasi alles so in der Mitte zu haben. Ich habe mir noch überlegt, da unten noch so ein Button für mein Team zu machen und noch ein Button für sonstige Sachen. Es gibt noch so ein paar andere Projekte, die halt nicht so riesig sind, dass sie einen eigenen Button verdienen, zum Beispiel das Brettspiel, das kann man spielen. Dann, was ich noch ganz gut fände, ist, wenn das alles mehr oder weniger gleich sortiert ist, weil hier hast du den Ursprung hier, hier hast du den Ursprung hier und hier hast du den Ursprung da. Wobei ich mir die Idee ganz cool finde, dass der Ursprung halt direkt das oberste ist. Das stimmt. Ich finde es noch komisch, dass das hier groß geschrieben ist und alles andere irgendwie klein. Ja, sonst, also ich finde allgemein die Idee halt richtig cool, weil das halt schon eher ungewöhnlich ist. Gut, dann setze ich mich mal ans Feedback. Gesagt, getan, wird das Feedback also umgesetzt, was sich vor allem auf die Texte bezieht. Außerdem füge ich noch einen Button für mein Team hinzu, wo ihr, wenn ihr wollt, auch deren Social Media abchecken könnt, falls euch interessiert, wer hier alles so mitarbeitet. Außerdem kam noch ein Button für sonstige Projekte hinzu, wie zum Beispiel mein eigenes Brettspiel oder den TikTok-Kanal unserer Hündin Mai, welcher Fia und ich ja mal das Sprechen beigebracht haben. Jetzt kommt das eigentliche Highlight, die Animation, die ich zum Teil sogar vom Auto aus mache. Und ja, hiermit habe ich das mit dem Auto dann auch zum allerersten Mal veröffentlicht. Die Wahl des Autos sollt wahrscheinlich keinem verwundern, weil es wirklich ein lange gehegter Traum war. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf das Video, in dem ich versuche mit meinem menschengroßen Hamsterrad den Tesla aufzuladen. Aber zurück zur Website. Das Animieren ist extrem kompliziert und außer wenn man Presets verwendet, für mich kaum machbar in WordPress, weswegen ich das mit einem extra Plugin mache. Und selbst damit dauert es einen ganzen Tag, bis ich das hier geschafft habe. Einen Button, der einfach nur kleiner wird, wenn man mit der Maus drauf geht. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann kommt auch der eine Button raus. Das ist schon mal sehr gut, fehlen noch ganz viele andere. Jetzt kommen alle Buttons raus, das sieht schon richtig, richtig geil aus. Ich habe es so eingestellt, dass die eine nach dem anderen kommen, dass es nicht auf einmal ist. Ja, das Problem ist, die bleiben jetzt alle draußen und das sieht halt super unübersichtlich aus. Die sollen natürlich alle wieder zurückgehen. Jetzt ist das Problem, dass die Buttons kommen, wenn ich auf diesen einen Button draufgehe. Aber wenn ich dann diesen großen Button verlasse, dann verschwinden die Kleinen wieder. Naja, und dann kann ich die ja nicht anklicken. Gut, also was jetzt da fahren ist, weiß ich überhaupt nicht. Okay, ich glaube, ich habe es gerade komplett zerschossen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Und ich gehe runter und es funktioniert. Erfrischt nach. So, rein, raus, perfekt. Es funktioniert. Jetzt geht es endlich mit ein und das war ultra aufwendig. Es ist umso schöner, dass es jetzt so gut klappt. Manchmal backt es hier noch ein bisschen rum, aber ansonsten sieht das doch sehr, sehr gut aus. So, jetzt habe ich es auch so eingestellt, dass sich diese kleinen Bubbles auch noch bewegen, dass da irgendwie ein bisschen noch mehr Leben drin ist. Funktioniert, ich kann das durchwischen und ich finde es richtig cool. Ich finde es richtig schön, um ehrlich zu sein. Die fertige Website, das ist sie. Ich habe jetzt tatsächlich das ganze Ding auch mal aufs Handy formatiert. Das war tatsächlich gar nicht mal so schwierig. Und ich kann jetzt einfach auf tomary.de gehen. Ihr übrigens natürlich auch, auch in der Videobeschreibung irgendwo verlinkt. Und dann kann man sich da durchklicken und sich das mal anschauen, ob es alles funktioniert. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr Fehler findet, mir die in die Kommentare schreiben. Oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Also ich finde es echt krass. Das funktioniert am Handy auch richtig gut. Alle Links öffnen sich, wenn man da draufklickt und man kann so schauen, was wir so treiben. Ganz unten sieht man auch noch mal Steam. Da kann man einfach reinklicken und reinschauen, wie Sebastian's Instagram so aussieht oder das von Ali oder was Luan so postet. Was ich am Handy auch cool finde, ist, da kann man ja nicht einfach mit einem Maustager drüber gehen, sondern da öffnen sich die Bubbles jetzt, wenn man drauf tippt, habe ich so eingestellt. Und ja, die Bubbles ziehen sich erst dann zurück, wenn man auf die nächste drauf tippt. Das finde ich so eigentlich echt ziemlich cool gelöst. An Zeit gebraucht habe ich dafür jetzt übrigens mit allem Drum und Dran und Planungen und so weiter und so fort fünf Tage. Ja, und das für nur eine einzige Seite. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf einer eigenen Website, dann schaut mal in der Videobeschreibung bei Hostinger vorbei. Mit denen ist das überhaupt kein Problem. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr sehen würdet, abonniert gerne. Lasst dem Video auch einen kleinen Like da. Schreibt mir gerne, was ihr von der Website haltet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.